Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie wirkt die kosmische Energie, die Sterne und Sternbilder auf unseren Finanzen heute am 13. August 2017? Wir brauchen gerade einen inneren Gleichgewicht, Gelassenheit. Das wirkt auch auf den Finanzen. Dann brauchen wir auf den Finanzen auch dieses Gleichgewicht. Nicht allzu viel ausgeben, weil heute neigen wir dazu, mehr ausgeben, als es möglich ist. Oder wir kaufen etwas unüberlegt, was später wir bereuen. Im Ausland kann ein Vorteil sein. Entweder ausländische Kontakte oder eine Reise oder investieren im Ausland. Im Ämten, Finanzamt, Banken, Steuerberater ist ein Hin und Her und da gibt es auch Rückforderungen. Kann auch bedeuten, dass etwas unbeweglich ist, gerade im Ämten. In einer rechtlichen Lage kann ein Gewinn bringen. Und auch Geld, das kann zum Beispiel eine erbschaftliche Situation sein. Die Freunden, Bekannten helfen dabei, neue Kontakte zu knüpfen und es kann auch später ein Gewinn sein. Aber wir sollen darauf achten, dass im Bekanntenkreis, Freundeskreis heute kein Geld ausleihen, weil das kehrt nicht zurück. Und es war mein heutiger Finanzenergie. Wenn jemand Interesse hat, das persönlich ausrechnen, dann sind unten bei der Beschreibung meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.